Hi, mein Name ist Bianca Angela Maria. Herzlich willkommen auf meinem geliebten Bücherblock. Und heute wieder mit einem kulinarischen Thema. Du weißt ja, das bewegt mich auch immer sehr. Und ich habe mich schon sehr lange und intensiv auch mit der ayurvedischen Küche beschäftigt. Das Einzige, was mich daran immer so ein bisschen zurückgehalten hat, waren eben viele, viele Zutaten, die in unseren Breitengraden eher wenig zu erreichen sind oder schwer zu bekommen sind. Und irgendwie hat mir noch so ein bisschen was gefehlt. Und das habe ich gefunden. Hier. So schmeckt Glück von Volker Mehl. Und ich kann dir sagen, meine ayurvedische Heimatküche ist ein absoluter Knaller. Ich liebe das, weil mit unseren Zutaten gekocht wird. Und mir das sehr nah ist. Und ich damit was anfangen kann. Und es ist bodenständig. Und ich habe sofort ein schnelles und gutes Gefühl dazu, weil mir die Lebensmittel vertraut sind. Es sind einfache Sachen wie das Gericht Himmel und Hölle mit Kartoffeln und Apfeln in Kombination. Es ist einfach fantastisch lecker. Und so ein kurzer Umriss, wie die ayurvedische Lehre, Gesundheitslehre aufgebaut ist. Aber sehr locker und sehr leicht. Also kannst du dir ja vorstellen, der Volker, das ist ein richtig cooler Typ. Und auch so schreibt er sein Buch richtig ruhig. Und klar, also du kannst es schnell umsetzen. Und die Bilder sind fantastisch. Er würzt es auch noch mit sehr viel persönlicher Note, was ich mag. Was ich in dem Fall wirklich sehr mag, weil es authentisch ist. Und weil es gelebt ist. Ich habe das schon mehrfach verschenkt auch, weil ich absolut überzeugt bin von diesem Buch. Und ich hoffe, da kommt bald noch mehr. Lieber Volker, wenn du das siehst. Ich hoffe, da kommt noch mehr. Damit mir nicht die Rezepte ausgeht. Gut. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Genießen dieser wundervollen Rezepte. Wie immer unten der Link. Wenn du den Blogpost von mir aufgemacht hast, ist immer unten drin der Link. Dass du auch schnell zu deinem Exemplar kommst. Und ansonsten wünsche ich dir ganz viel Spaß. Und wir sehen uns nächste Woche. Mach's gut. Bis dann. Ciao.